Einen wunderschönen guten Tag liebe Leute und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Modvorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um das kleine Bauernhaus und in diesem Video möchte ich euch diesen Mod hier gerne mal genauer vorstellen. Vorab dazu ein paar kleine Informationen. Ihr findet den Mod aktuell noch unter Neustermods oder in der Kategorie Farmhäuser. Der Autor von diesem Mod heißt hier Better New Way Lucas und die Modgröße beträgt ca. 16,55 MB. Ist aktuell in der Version 1.000 für alle Plattformen verfügbar. In diesem Pack enthalten haben hier aktuell zwei verschiedene Farmhäuser. Einmal hier dieses mit der weißen Fassade und einmal hier mit der steilen Fassade. Beide finden wir hier im Baumenü. Dort schon öffnet das Baumenü. Dann bei Gebäude. Dann bei Farmhäuser. Und da haben wir hier schon beide kleine Bauernhäuser. Das erste kostet uns hier beim ersten Platzieren auf der Konsole knapp 18 Slots und jede weitere Platzierung kostet hier 1 Slot. Kostenpunkt beim Platzieren auf der Karte knapp 35.000 Euro. Unterhalt am Tag beträgt hier 12 Euro. Dann haben wir hier das Farmhaus daneben, aktuell in dieser Steinoptik. Dieses kostet uns allerdings beim ersten Platzieren auf der Konsole knapp 19 Slots und jede weitere Platzierung kostet euch 1 Slot. Das ganze kostet uns beim Platzieren knapp 35.000 Euro und auch hier beträgt der Unterhalt am Tag 12 Euro. Wir haben aktuell noch ein bisschen Deko hier, wie zum Beispiel eine Bank und ein altes Fahrrad. Wir haben hier noch die Möglichkeit uns umzuziehen für den Kleiderschrank und haben hier noch die Möglichkeit hier schlafen zu gehen. Auch hier haben wir noch ein bisschen Deko, den Eimer, eine Gießkanne und habt ihr hier auf jeden Fall ein schönes kleines Bauernhaus auch für eure Farben. Sowohl einmal hier in dieser Art Steinoptik mit den mehreren Fenstern hier mit der Haustür Nummer 13. Hier haben wir hier oberhalb noch so eine Art Balkon mit ein paar Blumen dazu. Oder ihr habt halt die Möglichkeit das ganze in dieser Optik zu lassen mit der weißen Fassade. Auch hier habt ihr ein bisschen Deko dabei mit dem alten Fahrrad und mit der Bank. Hier habt ihr auch die Möglichkeit euch umzuziehen und auch hier habt ihr die Möglichkeit halt schlafen zu gehen. Das gleiche ist hier auch wie bei dem anderen Farmhaus mit der Gießkanne und mit dem Eimer. Das Einzige was hier halt anders ist, ist halt die Fassade von den Häusern. Wie gesagt einmal hier in der weißen Fassade, das optisch auch mal ein bisschen schick aussieht. Oder ihr nehmt diese Art Steinfassade, das sieht dann halt auch ein bisschen älter aus. Ist in sich auf jeden Fall ein schöner Mod, kann man sich hier auf jeden Fall mal laden. Und das ganze hat ca. 17 MB. Und damit sind wir hier leider aber auch schon zum Ende von diesem Video gekommen. Ich hoffe euch hat das ganze Video hier gefallen. Wenn ja, lasst mal gern mal euer Feedback da. Falls ihr Fragen dazu habt, Anmerkungen oder auch gern mehr, schreibt mir die wie gesagt doch gerne unten in die Kommentare. Besucht uns natürlich gerne auch auf unserem Discord oder schaut mal bei Twitch vorbei. Den Link zum Discord und zu meinem Twitch-Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.